Hier haben wir das MSI EM945GC Atomboard im Mini-ITX Format. Es ist mit einem Intel Atom 330 Dual-Core Prozessor ausgestattet und verfügt über den Intel 945GC Chipsatz, der ist leider recht stromverbrauchend. Wahrscheinlich wird dies eine sehr günstige, kosteffiziente Lösung sein, ist aber auch von den Schnittstellen her eher für die Industrie gedacht. Hier haben wir die Low Power Version vom MSI Mini-ITX Mainboard, das Modell IM945GC. Dieses Modell ist im Gegensatz zum anderen Mini-ITX Board mit dem Intel Atom 270 Prozessor ausgestattet und mit einem Intel 945GC Chipsatz. Das ist die stromsperrende Version, die sonst bei Netbooks im Einsatz kommt. Das Mainboard ist hier mit einem Sodium Slot ausgestattet, sehr spartanisch schon versehen, hat einen Mini-PCI Express-Slot, zwei SATA-Ports, einen PCI, hier viele Embedded-Ports und auch die Schnittstellen an der Front sind eher gering. Daher ist wohl dieses Mainboard auch eher für Industrieanwendungen und weniger für den Konsumer gedacht.